Warte, das war direkt nach der Brücke, ne? Direkt hinter dem Tunnel, glaube ich. Ja, Tunnel, ja, ja. Ich gebe mir gerade eine Anzeige, da waren wir 250 Meter links, ne? Ja. So, liebe Zuschauer, jetzt fahren wir mal an Männerpass hier. Nach Saucer. Haben wir es verdient. 1, 2, 3. 8 Kilometer hoch, dann wieder runter zu sein, ne? Ja. Okay. Ja, das weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass das der Punkt ist, aber mindestens 8 Kilometer lang. Oh, das ist richtig komisch, eine Klau, ja. Ja klar, glaube ich. Okay, das geht ja. Oh, 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 oh. Boah, Alter. Ha, 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 ha. Das ist aber hier, Lotto hier, ne? Alter Schwede, ey. Ja gut, okay, das wäre auch nicht so silber gewesen, glaube ich. Die anderen da wieder, ne? Ja, ja. Hättest du geschafft, aber ich glaube, das wäre jetzt ... Die sind ziemlich eng aus, die Spitzkehren, finde ich jetzt hier. Ja, ja. Kann sogar sein, erster Gang, ja, erster Gang. Zweiter kannst du vergessen hier. Geht diesmal nicht. Lotze, schmeiß nicht mit Stein rum hier leicht. Tut mir leid. Volle Stein. Ja, super. Super. Wir gehen an den zweiten Gang. Mach's gut. Aber oben. Steine hier, etwas dickere Steine hier. Überall hier, dann müsst ihr auch passen. Dicker Stein auf die Straße hier. Ja. Geil, geil, geil. Ey, Silvia hat's genau richtig gemacht, glaube ich. Ja. Eckbärmarsch. Ja, der ist heftig. Warte, willst du vorrachen? Ja, von mir aus. Ja, von mir aus. Aber dann meinst du einschließend. Ja, von mir aus. 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 Lkw von oben. Lkw? Ich weiß, ehrlich? Ja, Lkw. Ja, genau. Großer Lkw. Verarschst du uns. Ja, komm, erwarten mal. Komm, erwarten mal. Wir warten, erwarten. Kommt danach keiner. Alles frei, alles frei. Komm, fahr weiter. Dach dran vorbei. Ich passe hier nicht rein. Ja, da passt du da rein. Komm. Was macht der denn hier? Keine Ahnung. Passbremse. Er hat wahrscheinlich Müll abgeholt da oben. Er ist unten, wenn wir wiederkommen. Ja. Auto, ne? Habt ihr gehört, ne? Ja, ja. Nee. Ja, jetzt habe ich nichts. Ja, ok. Ich bin da oben. Ja. Ich bin da oben. Ja. Ja. Ja, jetzt habe ich nichts. Ich bin da oben, ja. Wenn ich da oben bist. Ich bin da oben. Es geht wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alles frei Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist von den Nadelbäumen, da sind ja diese ätherischen Öle drin, da rutscht die Sau drauf Ja, ne, ich muss im Video gucken, da hat es meinen Arsch mal richtig links rechts geworfen Okay So Anschissvoller hier Okay Okay Hi Ich dachte, die wäre schon mal oben hier, da geht noch weiter Hi Alter Schwede, da musst du ja auch aufpassen, dass du dich gerade ausfährst Oh Martin, das ist schnell passiert Ja Aber müssen wir denn hier lang Boah Hahahaha Alter Sonne Oh Mannesic, Mannesic Oh Mannesic Hi 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das passt dann aber auch hier. Dann drehen wir nur und schauen wir da hoch. Hast du so ein Ding jetzt hier? Da hinten Parking? Auch nicht, ne? Komm mal, komm. Oh, schön, jetzt helfen die. Das sieht gut aus hier. Hey, oder? Ist da eh nix. Ja, aber ich geh mal da hoch und mach mal ein Foto nach oben runter machen vielleicht, weißt du? Ja. Dann mach mal ein Foto machen von der andere Seite, von der Maschine hier, mit dem Rauspuff. Mach mal ein Foto hier. Ja. Ein, zwei Bilder machen, ja. Wenn wir schon mal hier oben sind, wenn wir schön hier hochgefahren sind. Aber festhalten ein bisschen, ne? Ja. Warte mal. Puh, ich schau da nicht hin drauf. Soll ich, dann macht ja die Welle wieder hier, ne? Richtig ist nach Kupplung. Der Mathe braucht ja da einen Hebel. Boah, richtig nach Kupplung. Ja. Warum? Oder ich stehe jetzt gar nicht? Ja, pfui. Wie kommt das? Kein Pass. Das ist nur... Kein Pass. Das ist nur... Saus... Saus... Saute... Saute... Okay. Schau, schau, schau. Ja, für die, die mal hier hoch wollen, ne? Ähm... Habt ihr gesehen? Ist schon ganz geil. So, fangen wir da runter. Zu den Mädels. Ob wir uns seit Bruder bestellt haben. Ratshalte. Genau. So, ihr seht ihr hier vorne? Sauz heißt der Ort hier. So, und ab hier ist wieder 100. Hahaha... Genau. So, ihr seht das hier vorne hier? Sauz heißt der Ort hier. So, und ab hier ist wieder 100. Hahaha... Ich bin ja rechts hochfahren hier, nein. Da gehts noch rüber wahrscheinlich, oder? Das ist unmöglich. Steine, 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 Steine. Retour. So. Da, da zieh! Nein! Umschalt! Hier war das, wo du gerade auswaltest. Auto, Auto, Auto! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Großes Auto Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020